Der russische Präsident ist nie zum Friedensgipfel in Hamburg eingetroffen. Wo er sich befindet, ist derzeit nicht bekannt. Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher herankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferungen verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle ab. Die sind bestimmt überall. Makarov würde nichts ungesichert verschicken, wenn es nicht irgendeinem Zweck dienen würde. Und die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen würde. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir es auch. Nikolai, wir sind knapp außerhalb des Dorfes. Verstanden. Ich hole euch in einer Stunde ab. Die Fabrik ist nicht weit weg. Makarovs Ladung sollte dort sein. Und leise vorgehen. Los! Leise. Bleiben wir besser unauffällig. Die Miliz ist überall in diesem Gebiet. So, versuch diesmal nicht zu sterben. Kümmer dich um dich selbst, Alter. Das war eigentlich übrigens schön gewesen, wenn wir wieder aufgetaucht. 5. Oktober. Wir spielen jetzt Juri, also einer der neuen Charaktere. Fahrzeuglückung. Runter, runter. Wäre schön, wenn wir jetzt so wieder wären. Und zu der Fahrräder hier hin. Zwei Feinde, 11 Uhr. Ausschalten. Sicher. Was ist denn hier hin? Ok. Wir werden die Abfälle abfackeln. Machen wir sie einfach vorher schon fertig. Sag mal Juri. Ausschalten. Vorwärts. Ziele voraus. Feuer einstellen, das sind so viele. Tut nichts dummes, Leute. Ok, bereit machen. Vorwärts. Runter, runter von der Straße. Runter, schnell. Langsam. Alles sicher. Alles sicher. Sekunde. Sicher. Noch zwei auf der Brücke. Wir müssen sie erledigen. Warten bis der Truck vorbei ist. Jetzt. Vorwärts. Das ist so wie offensichtlich. Ich sehe die Fabrik. Die Straße runter. Okay, so put ich gehen vor. Juri, du passt auf. Geh aufs Dach und gib uns von dort Deckung. Ich würde dann lieber vorgehen, oder? Feinde nähern sich. Fünf Meter. Aber wieso? Juri, lauf! Bei mir sammeln! Sicher! Sicher! Hier ist kein Schwein. Nikolai, die Fabrik ist eine Sackkasse. Makarov ist nicht da. Dann muss ich ins Militäre Hauptquartier in der Stadtmitte begeben haben. Dann gehen wir jetzt da hin. Juri, weiter Feuer! Geh auf! Versuche ich nicht! Oh, Poliz! Versuche ich nicht! Oh! Oh! Oh hier entlang doch direkt hinter dir kann man nicht nur hier sind weiter ja 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 Ich kann nicht alles haben nachdenken. Ja, ich weiß nicht, dass wir hier nicht mehr kommen können. Oh Gott. Oh, ich hab doch Messer angedrückt. Okay. Jetzt eben schießen wir. Juri! Juri, ich sehe dich! Lauf uns weiter! Sie feiern Morser von dem Turm da! Juri, mach sie fertig! Es ist erledigt. Da ist eine große Milizgruppe zu uns unterwegs. Dann heißen wir Sie mal willkommen. Juri, hier an den Morser auf dem Dach. Oh. Schieß Kalvaten darunter! Schieß mit den Morser und mach sie alle! Ja. Sie haben die zwei Fahrzeuge und ein paar Truppen. Mach sie fertig! Alle Ziele im Dorf sind zeitlich. Mach dich bewegt, mit den Morser zu spüren. Feuer weiter mit dem Morser! Das reicht erst mal. Gehen wir! Wir müssen zur Kirche. Uns dauert die Zeit davon. Hier durch! Wir müssen zur Kirche. Ist die Fahrt auch wirklich da? Sie hätten sie nur dort hinbringen können. Wenn sie nicht da ist, ist sie schon unterwegs nach Europa. Hoffentlich hat er recht. Ah, shit. Was? Was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Das ist der Vogel! Sie bewegt die Fracht! Wir haben keine Zeit! Stell zur Kirche, los! Dann schauen wir. Ja, ja, ja. Oh! Die Tür ist gesichert! Eine Tür ausstellen! Oh, okay. Okay, dann schauen wir es dringend. Dann geht es weiter. Ich stehe doch schon da. Ach, verdammt! Nikolai, die Lieferung ist weg! Wir waren nicht schnell genug! Was ist mit Makarov? Es muss abgehauen sein! Holt uns einfach hier raus! Wer? Was hat Makarov wohl vorgehabt? Wir fragen den Bastard, wenn wir ihn finden! Power-Computer-Teiler. Hier ist die Station Kors. Wir haben ein Messer gegriffen. Idon, das ist in London jetzt. Präven Sie die Britannien, dass wir ein Problem haben. Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen. Eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schiff identifiziert? Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Fregeater Industries. Informieren Sie den MI5. Wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen. Aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SRS-Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nach Herford durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal was Sie vorhaben, wir halten Sie auf. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Sechster Tor. Baseplate, wir sind online. Gute Sicht. Verstanden, Bravo 6. Bei den Docks stehen mehrere Trucks von Charity Worldwide. Wir halten Sie momentan für Ziele. Ha, auch eine Art wohltätige Arbeit zu tun. Die Trucks verlassen jetzt die Docks. Wissen wir, was Sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Spectre im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6. Walchers Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen Sie die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor Sie an den Truck gehen. Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere. Baseplate, unser Fenster schließt sich schnell. Wir sind bereit. Verstanden. Alle Teams grünes Licht. Die Mission kann beginnen. Ok Leute, das ist das Lagerhaus vor uns. Berns, wir suchen. Tu rollst auf. Feuerfreikabel. Gasse gesichert. Vorwärts. Da sind noch zwei Treppen. Dann leg sie schlafen. Bravo 9, zwei hinter der Tür. Verstanden. Welche Tür? Bist du schon wieder rausgegangen? Soll ziehe die Gasse runter. Zehn Meter. Eliminieren. Gasse gesichert. Oh. Uh. Mir nach. Bereit. Ok, komm los. Warum sicher? Die Treppe hoch. Da vorne bewegt sich was. Um zuir. Wie erstmal. Wärts. Was ist der erste Jahrhundert? Ihm. Daniel. Dann legge. Wärts. Wärts sind noch garret. Wärts ist noch garret. Den 노래 hat sich, was solltet sein. Mann, was ist das alles? Achtung, für die Reaktion. Ach, keine Reaktion. Oh, keine Reaktion. Aber ein Ziel hinter mir bekam bleibt. Sie kann nicht schießen. Ich sehe ihn recht mir nie. Aufdenkung. Alles für sichern. Wir sichern, Boss. Okay, Randbereich sichern. Burns, mach die Türen auf. Der Laster ist leer. Was ist mit den anderen? Bravo 6, Vorsicht! Feind auf den Pfleg. Mein Schiff vor eliminieren. Versammt. Sie ist angegriffen. Aufschiehen! Aufschiehen! Sie sind eine Katastrophe. Muss man... ...dann in den Pfleg. Kennt ihr, ich bin ein Schiff. Der Knochen. Der Knochen. Der Knochen. Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, 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 was ist das Guck mal, der steht da im Tüten Wir haben das Polizof. Wir haben die Erwärts-Rauflieger. Wir müssen hier sehen. Wir haben es auf der Stelle. Wir haben ein Gewehr. Wir haben eine Gewehr. Wir haben es auf dem Weg. Wir haben eine Gewehr. Weiter 2 brauchen Deckung. Verstanden im Anflug zum Angriff. Auf der Deckung. Versteh dich! Begleit! Oh, 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 oh. Haben Sie die Schöne? Wow. Okay. Thank you, guys. Okay. 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 Rotbumpf? Ich bin mal her damit. Bravo 2 wird in 5 Minuten da sein. Registrierer anliegen, die Dauer 5 Minuten. Sie ziehen sich zurück. Ein Hinweis für alle Wasser. Kontakt auf die Treppe. Bööö. Okay. Äh, willst du mich verarschen? willst du mich verarschen? Verdammte Bastarde! Kommt die Kartoffel da runter, Grogui. Kontakt auf 12 Uhr! Baseblade! Wo bleibt die Verstärkung? Triffst in diesem Moment ein, Bravo 6! Nicht schießen! Nicht schießen! Ist das ein klavier mit blitzlichen Ball auf den Spielelein? Gutes Timing, Leute! Der Truck ist fast hier! Kommt besser nach oben! Ja, hallo? Lass mich mal durch! Ladies and Gentlemen, wir entschuldigen. City verspät. Alle Teams Achtung! Der Truck kommt auf euch zu und fahr schnell! Sicher das Gebiet! Der Truck ist jede Sekunde hier! Wir müssen diese Straße abriegeln! Sofort! Der Truck! Der Truck! Der Truck! Der Truck! Der Truck! Der Truck ist erledigt! Wir sind sicher! Wie ist der Status der anderen? Der Truck! Der Truck! Der Truck! Der Truck, der Mission! Der Truck! Der Truck! Der Bug! Der Truck! Skade! Da drüben! Schatz, hast du das? Daddy, schau mal, hier drüben! Hier bin ich, Daddy! Sie ist heute glücklich aufgetreten! Sarah, geh nicht so weit! Da ist der Truck! WTF? Untertitelung des ZDF für funk, 2017